So, Freunde, heute geht die nächste Runde, und zwar Kapitel 5, Season 2 startet heute irgendwann, wenn die Server live gehen. Und ja, der Trader ist schon etwas länger da, und ich dachte mir, wir gucken den mal gemeinsam an. So, let's go rein da. Es geht um die Götter-Olymps. Hm? Oh, sieht das genial aus. Da, sehen Sie. Das sind die nächsten Skins, ne? Die Battle Pass Skins. Amphrodite. Hm. Hades. Oh, das sieht nice aus. Alter, das sieht ja krass aus. Okay, das ist krass. Wow, was war das denn? Für den Charme. Oh. Artemis. Was ist das für ein Gott? Die kenne ich gar nicht mal. Okay. Okay. Da haben wir Korra. Von Armata. Legend of Korra. Hm. Okay. Das sieht krass aus. Das sieht krass. Äh, Myths of Mortals. Okay, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Auf, auf, auf das Game. Also, auf, auf die Season, besser gesagt. Auf das Game, wie, 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 wissen wir. Aber auf die Season. Ja, sobald die selber anders sind, ja, da, da werde ich auch fleißig spielen. Ein Livestream wird heute auch geben. So um 18 Uhr herum, schätze ich jetzt mal. Und, ja, war auf jeden Fall sehr nice. Auf jeden Fall schon ein Like da lassen, Leute. Habe ich schon gemacht. Und, ja, ein sehr cooler Trailer. Ja. Vielen Dank.